Alle Mann aufs Schiff? Wir müssen laden, bald geht's los. Wohin? Na, auf eine abenteuerliche Seefahrt. Habt ihr alles dabei, was ihr braucht? Alles an Bord ist ein Spiel für zwei bis vier gut gerüstete Seefahrer ab sieben Jahren und dauert etwa 30 Minuten. Die Abenteuer liegen bereit. Gleichzeitig sammelt ihr, so schnell ihr nur könnt, Ausrüstungen und Waren vom Hafen ein und legt sie auf eure Schiffe. Die haben nicht so viel Platz und daher solltet ihr sehr gut überlegen, was wirklich auf eurem Schiff landet. Sobald der erste Spieler sein Schiff komplett gefüllt hat, sammelt er die Abenteuer ein. Für die anderen bleibt zu hoffen, dass sie sich gut gemerkt haben, welche Gegenstände ihnen noch fehlen. Wenn dann alle Schiffe voll sind, gehen die Abenteuer los. In manchen könnt ihr neue Entdeckungen machen, in anderen könnt ihr handeln und wiederum andere sind Aufträge. Um sie zu erfüllen, müsst ihr Waren oder auch Ausrüstungen von eurem Schiff abgeben. Dafür bekommt ihr dann aber auch eine ordentliche Belohnung. Aber vielleicht trefft ihr auch auf Piraten. Flieht ihr nicht vor ihnen und könnt sie dann nicht bezahlen, dann wartet eine Strafe auf euch. Nach zwei Runden werden sich in eurem Schiff hoffentlich viele Schatztruhen und Münzen befinden. Denn die braucht ihr, um das Spiel zu gewinnen. Alles an Bord ist echt witzig und es geht rasant am Spieletisch zu, wenn plötzlich so viele Hände in den Ausrüstungen herumwühlen. Aber bloß nicht unaufmerksam werden. Der Platz auf eurem Schiff ist rar. Viel Spaß bei Alles an Bord. Eure Kaddi. GEMBER 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 GEMBER